Deine little girl war fleißig und schreibt dir diesen Brief. Ich hab neue Schuhe und ein neues Kleid, doch nun muss ich gehen, denn es wird jetzt Zeit. Deine little girl geht tanzen. Ja, tanzen, ja, tanzen, ja, tanzen. Ich komm nach Haus um Mitternacht auf leise, 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 leise Sohlen, so dass Fatih nicht erwacht, denn mein Peter soll mich morgen wiederholen. Ich hab alle Tassen, alle Teller im Schrank, die Kannen, die Pfannen und die Töpfe sind blank. Tag in der Küche war mal wieder sehr lange. Deine little girl geht tanzen. Ja, tanzen, ja, tanzen, ja, tanzen. Ich komm nach Haus um Mitternacht auf leise, 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 leise Sohlen, So dass Fatih nicht erwacht, denn mein Peter soll mich morgen wiederholen. Ich hab alle Tassen, alle Teller im Schrank, die Kannen, die Pfannen und die Töpfe sind blank. Tag in der Küche war mal wieder sehr lange. Deine little girl geht tanzen. Ja, tanzen, ja, tanzen, ja, tanzen. Deine little girl geht tanzen. Ja, tanzen, ja, tanzen, ja, tanzen. Deine little girl geht tanzen. Ja, tanzen, ja, tanzen. Ja, tanzen.